In unserem zweiten Urlaub in Norwegen wurde viel gewandert. Sicher rein zufällig kamen wir dabei an interessanten Angelspots vorbei, die ruten natürlich im Rucksack. Zwei, zieh, 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 grosser Poder. Stop Sports 빨biss Berg. Ach für mich raus, nicht rausziehen. Ja, da staunt der Wikinger und verspricht einen Platz an Odins Tafel. Doch auch ich staune nicht schlecht. Gerade mal ein Jahr sind diese Szenen her. Da wackeln die Knie, da zittern die Hände und nun kämpft sie ein gut zwei Kilo Polak in unter einer Minute runter. Jetzt wollte ich aber nachlegen. Ein Slowtrick sollte einen dicken Dorsch bringen. Rechts sieht man in Zeitlupe die Schnur von meiner Tochter vorbeifliegen. Beachtliche Weiten brachte sie mit ihrer Ausrüstung zustande. Ein paar Worte und Daten zu dem Tackle, mit dem sie hier fischt. Rute und Rolle hatte ich online für rund 60 Euro gekauft und war natürlich für das leichte Spinnfischen auf Magrele und Forelle gedacht. Nun musste das Material unfreiwillig im Härtetest auf Biegen und Brechen beweisen, was es wirklich hält. Teamarbeit war gefragt. Bei ihrem Standpunkt und ihrer geringen Körpergröße würde der Fisch unweigerlich in die Tankfelder schwimmen. In dem Moment wurde mir bewusst, dass ich das Gerät noch nie gefischt hatte und die Belastungsgrenzen überhaupt nicht kenne. Sowohl Rute als auch Schnur dürften unter realen Bedingungen wohl kaum mehr als drei bis vier Kilo halten. Bereit machen, sagte ich, nicht keschern, denn das hatte sie noch nie in ihrem Leben gemacht. Wie man erkennen kann, musste ich meine gesamte Körpergröße einsetzen, um den Fisch davon abzuhalten, in den Tankteppich zu schwimmen. Kannst du den keschern? Kannst du den keschern? Ja, jetzt ranziehen, vorsichtig ranziehen. Ja, Luna, das ist ja unglaublich. Ich muss ihn ziehen, Luna. Wahnsinn. Das ist ein Dorsch. Das ist ein Dorsch, aber was kann ich? Wahnsinn. Legt mich am Arsch. Aber einen großen, guten. Mehr noch als von dem Fang selbst war ich fasziniert von dem Arbeiten Hand in Hand, als wenn wir schon seit Jahrzehnten zusammenfischen würden. Danke. 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 Vielen Dank.